Einen wunderschönen guten Tag und herzlich Willkommen bei NextMedia, Nr. 1 für alle Männer da draußen, wenn es so ein Torwagen geht. Das kann ich mir nicht sagen. Leute, ihr seht, ich bin mal wieder bei DENDIK. Ihr habt das letzte Video gesehen. Die Frisurentrends 2017 verlinke ich auch unten in der Infobox. Und bei dem Video meinte der DENDI, wir müssen deine Haare schneiden. So, ihr seid jetzt mit dabei wie... Boah, eigentlich mit einer Rasierhaut. Ja, ja, ja. Ich wollte einen Irokesen schneiden. Fokohila Irokesen. Fokohila wollte ich schon mal vorne kurz hinten lang nehmen. Ja, oder? Jetzt geht's, Bruder, jetzt geht's. So, wir schneiden jetzt ein bisschen. Die ein oder anderen Leute lassen ja auch jetzt gerade wachsen. Jetzt hast du meine Haare gesehen und sagst, okay, wir müssen schneiden, warum? Das ist normal, oder was? Ja, das ist halt ein wenig ganz gut. Du hast ja gesagt, du machst ja jetzt nicht unbedingt so viel Pflegerei, also du musst nicht mehr so groß Haarpur oder Öle oder sowas, was eigentlich schon wichtig ist, wenn man die Haare lang wachsen. Das ist der Vorteil bei dir. Du hast einfach unglaublich gutes und kräftiges Haar von der Struktur. Aber Leute, dafür habe ich nichts getan. Ich bin so geboren worden. Ja. Ich kann da Felix, ich würde gerne mit einem oder anderen da draußen etwas von abgeben. Trotzdem ist es halt so, nach anderthalb Jahren, dass du schon halt ein bisschen Splissenspitzen hast. Minimal, aber das ist jetzt nicht irgendwie, oder musst du jetzt nicht viel abschneiden vor allem, aber musst du halt auch so ein bisschen, ein bisschen Schritt rein. Man sieht halt auch die Fülle, die du hier oben hast, die ist nicht ganz in den Spitzen, sonst bist du ausgepranst. Und wenn man jetzt halt nicht die Spitzen schneidet, dann kann es der Spliss halt hochziehen und dann muss man irgendwann so viel abschneiden, was halt doof wäre. Okay. Und dann erst wieder in einem halben oder einem Jahr wieder. Also ich schneide mich halt auch nur einmal im Jahr. Okay. Das reicht halt aus, ne? Eine Frage. Meist mal, wenn ich so im Zocker bin, sind so extrem viele kleine, ranzelige Haare, wo man Regen kann man nicht machen. Genau. Da kann man nur Style, also beziehungsweise, das habe ich ja auch hier, ne? Also es ist halt so. Ja, aber nicht so krass wie bei mir. Ja, doch. Ich habe halt jetzt ein paar Haarspray drin. Achso. Ja. Haarspray. Genau. Und Haaröl ist halt auch immer ganz gut, weil dann sind sie ein bisschen kitschiger oder so aus halt, ne? Das ist irgendwie ganz praktisch. Kennst du Prinz Eisenherz? Ja. Würdest du sagen, er sitzt jetzt gerade vor dir? Ja. Das ist ja richtig wichtig. Krass. Jetzt gerade sehe ich wirklich, dass ich lange Haare habe. Ja. Ey, das ist so. So habe ich von jemandem ausgesehen. Ja. Ist schon ein Stückchen, oder? Vorne bleibt es halt. Hinten kommt vielleicht zwei Zentimeter mehr ab, weil hinten hast du ja den Nacken und dadurch hast du schon diesen angedeuteten Fokuhila. Ja, ich habe das schon gesehen. Nämlich, der war schon hinten. Aber gut lang. Genau. Richtig. Das muss man ein bisschen angleichen. Aber es gibt doch irgendeine Grenze, oder? Ja, es ist bei jedem Menschen unterschiedlich, wie lange Haare wachsen so. Bei manchen wachsen die gerade mal nur bis dahin. Das heißt, die brechen dann immer ab. Die brechen einfach ab, weil die Struktur einfach nicht so fest ist und beispielsweise Haarausfall kommt dazu und alles. Und dann hat es auch gar keinen Sinn, weil hier nur fisselig mit den Spitzen. Das ist auch genetisch veranlagt. Das genetisch veranlagt. Richtig. Und bei mir sind die jetzt so bis dahin. Ich will jetzt noch ein Jahr absagen. Dann gehen wir doch nochmal auf dieses Thema Pflege ein. Wir haben es ja zwar schon öfters mal gesagt, aber im Endeffekt, ob lang oder kurz, jeder Mann sollte eigentlich auch seine Haare mal ein bisschen pflegen, oder? Ja. Also darauf achten, was für ein Shampoo man benutzt. Genau. Richtig. Eine Spülung macht man einmal die Woche. Nee. Nee. Ich weiß nichts. Ich weiß nichts. Ich habe es auch schon ein paar Mal erklärt. Das ist halt, eine Spülung musst du eigentlich immer benutzen. Immer. Eine Spülung musst du nach dem Shampoo immer benutzen. Liegt daher, dass ... oder eine Haarpur. Irgendwas, was neutralisiert. Weil das Haar, also Shampoo ist alkalisch. Kennen wir das zur Schule. Und es macht das Haar auf, um es zu reinigen. Und wenn du keinen Conditioner benutzt, was sauer ist, eingestellt ist. Also alkalisch und sauer, und du musst auch wieder auf Null kommen, dann bleibt die Haarstruktur offen. Das heißt, du kriegst Spiss, die Feuchtigkeit fällt aus dem Haar raus, trocken, bla, kein Glanz. Das heißt, man muss immer Conditioner benutzen, damit das Haar wieder zu ist und gepflegt bleibt. Und dann halt einmal in der Woche eine Haarpur, je nach Aufwand. Damit auch Feuchtigkeit noch mehr ins Haar reingeht. Okay. Gut. So Leute, wie ihr seht, Haare wurden ein bisschen geschnitten. Ein paar Informationen habt ihr mit ... Ein paar Informationen habt ihr natürlich auch mal mit auf den Weg bekommen. Ihr seht, der Markt muss seine Haare auf jeden Fall auch mal deutlich besser pflegen. Wir sehen uns erst in einem Jahr wieder, Danny. Ja, grüß dich. Ja, danke für die ganzen Tipps auch mal wieder, dass ich auch mal ein bisschen wieder was gelernt habe. Sehr gerne. Ja, wir sehen uns in einem Jahr. Ja. Ich wünsch dir einen guten Rutsch schon mal. Frohe Tag. Guten 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 Tag. Dann checkt mal den Kanal von Danny ab. Ansonsten schreibt es alles in die Kommentare. Vergesst nicht, mich auch gerne auf Instagram zu verlinken mit dem Hashtag. Mit dem Hashtag Let's Me Crew. Wir sehen uns beim nächsten Video. Ich hoffe es hat euch gefallen. Gerne einen Daumen nach oben da lassen und ein Abo. Gast hat das jetzt sofort. Bis dann. Tschüss. Ich ziehe mich schon mal um. Alles Gute. Tschö.